Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit euch eine sogenannte Zauberkarte basteln und zwar im österlichen Stil. Dafür habe ich mir hier einen süßen Hasen von CC Design ausgesucht und wenn man hier oben an dem Osterei zieht, dann wird der bunt und das erscheint ein schönes buntes Bild und ja dann möchte ich euch einfach mal zeigen wie das funktioniert und wie man diese Karte herstellt. Ich habe auch noch mal eine andere Variante zum Geburtstag zum Beispiel gemacht mit dem Bern von MFT und, ja doch, My Favorite Things und seinen Freunden. Da kann man auch schöne Sachen mitgestalten. Genau. Ich werde euch heute das Ganze in mehreren Schritten erzählen und sage euch auch immer bei den einzelnen Schritten was wir für Materialien benötigen und in welchen Maßen. Ich werde euch die Maß aber auch unten alle komplett einmal zusammengefasst hinschreiben und natürlich auch die Materialien, sofern ich sie denn online finde, auch verlinken. Also schaut unbedingt unten auch in die Infobox und ich würde mal sagen, wir starten einfach mit dem ersten Step. Für den ersten Schritt brauchen wir einmal eine Grundkarte in 28,6 x 10 cm. Gefalzt ist die an der langen Seite bei 14,3 cm, also halbiert. Eine ganz normale quasi Kartenbasis, ein bisschen kleiner als die normale Kartenbasis und wir brauchen einen Aufleger. Da habe ich jetzt Designpapier gewählt in 9,5 x 13,8 cm und wir brauchen etwas, um das Ganze auszustanzen. Ich habe mir jetzt diese schöne Stanzwurm ausgesucht. Die Außenmaße sind dabei interessant, weil wir hier ein Fenster rein stanzen. Die sind bei 7,5 x 10,5 cm. Wenn ihr euch eine Stanze aussucht, achtet darauf, dass ihr hier an den Seiten mindestens so anderthalb Zentimeter Platz lasst, damit wir eben auch den Mechanismus dort verstaut kriegen. Genau. Ach ja, das DSP und den Kartenrohling habe ich aus diesen beiden Blöcken genommen. Einmal ist das von Echo Park, I Love Spring. Das hatte ich in meinem Adventskalender von Kreativbund, ist also vom letzten Jahr. Sollte ich es finden, dann verlinke ich es euch natürlich auch. Und dann habe ich für die Kartenbasis aus diesem Designblock vom Teddy eine grüne Farbe ausgewählt. Gut. Im ersten Schritt stanzen wir uns eigentlich nur das Fenster. Das heißt, wir kleben das Designpapier direkt schon mal vorne auf die Kartenbasis auf. Also achtet auch darauf, wie es aufgeklappt wird. Die Klappe sollte oben geschlossen sein. Genau. Da kleben wir jetzt einfach das Designpapier einmal auf die Kartenbasis. Ungefähr mittig aufkleben. So, dass wir überall einen gleichmäßigen Rand haben. Und andrücken. Und dann bringe ich mir die Stanze mittig auf. Ihr könnt es natürlich auch je nach Design weiter oben oder unten machen, aber bedenkt auch hier einen ausreichenden Abstand zu halten, damit ihr eben auch den Mechanismus dort unterbringen könnt. Also ich richte mir die Stanze jetzt mittig aus und fixiere mir die mit. Ich nehme hier immer dieses Malerkrepp vom Action, was ich ein bisschen entklebt habe, indem ich es an eine Hose oder am T-Shirt ein paar Mal abgezogen habe, damit es mir nicht das Papier kaputt reißt. Und die Streifen nehme ich auch immer mal wieder. Also die hängen bei mir an der Big Shot. So, das Ganze klappe ich jetzt auf und kurbel das durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich den Rahmen ausgestanzt. Das Stanzeil natürlich nicht wegwerfen. Das könnt ihr noch für andere Projekte verwenden. Jetzt legen wir uns mal zur Seite und dann gehen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Für den nächsten Schritt brauchen wir einmal ein Stück Acetatfolie. In 9 x 12 habe ich mir das zurecht geschnitten. Da solltet ihr einfach darauf achten, dass es quasi hier über das Fenster passt. Und für den Innenteil habe ich mir zugeschnitten ein Stück Aquarellpapier in 8 x 11. Da könnt ihr auch normalen weißen Kartenstock nehmen. Da ich aber mit mit den Karin Markers kolorieren möchte, habe ich mir Aquarellpapier ausgewählt. Und das muss natürlich auch hinter das Fenster passen. In meinem Fall hat das die Maße 8 x 11 Zentimeter. So, das könnt ihr natürlich auch direkt reinkleben und dann kolorieren. Ich koloriere lieber außerhalb der Karte, deswegen mache ich mir da einfach so ein bisschen Fotokleber dahinter. Einfach so einen kleinen Klecks. So, einfach in der Mitte, dass man das einigermaßen fixiert bekommt hinter das Fenster und dass es eben auch gut abgedeckt ist. Man kann es vielleicht auch noch mal ein bisschen gerade machen. Das ist aber jetzt nicht so kriegsentscheidend. Wichtig ist, dass das ganze Fenster eben bedeckt ist. Und dann können wir auch schon mit dem Stempel loslegen. Ich habe mir von Gerda Steiner Designs, ich habe die CC Designs gesagt vorhin, tut mir leid, Gerda Steiner Designs habe ich mir dieses süße Häschen ausgesucht und auch schon in meiner Stempelhilfe rein gemacht. Die falze ich mir mal einmal noch nach, damit es schön gerade anliegt. Und als erstes bestemple ich mir den Hasen in die Mitte auf das weiße Papier. Und da gucke ich halt, dass der einigermaßen mittig ist, vom Fenster aus gesehen. Man kann ihn auch ein Stück weiter nach unten machen, denn ich möchte hier oben nachher noch den Spruch drüber setzen. Genau. So, jetzt setze ich mir den so ungefähr mittig rein, nehme mir den auf. Und da ich mit Aquarellmarkern koloriere, wähle ich das Versafine Clear in Nocturno. Damit kann man eben super stempeln und dann ist das schön wasserfest. Ich für meinen Teil mag es auch sehr gerne, wenn ich mit den Markern arbeite, dass ich mir das Ganze noch einmal embosse. Dann habe ich auf jeden Fall auch meine Kanten klar rausgestellt und kann auch nicht übermalen. Gerade bei so einer One-Layer-Card finde ich das immer ganz wichtig. Und bei dem Versafine ist es so, dass bleibt auch noch eine Zeit lang feucht, sodass man eben ganz gut drüber embossen kann. Das mache ich mal eben. Da lege ich mir eben so eine Schmierseite drunter und nehme mein klares Embossing-Pulver. Das ist jetzt das von Ranger, super fein. Und mache mir das auf meinen Hasi drauf. Wäre natürlich jetzt auch sinnig gewesen, vorher mit dem Embossing-Buddy einmal drüber zu gehen. Aber ich glaube, das wird trotzdem ganz gut. Und jetzt nehme ich mir das einmal aus der Karte schon mal raus und fülle mir das einmal an, das Embossing-Pulver. Das schneide ich euch mal eben raus, denn das ist mir immer ein bisschen zu laut für euch. So, jetzt habe ich mir den kleinen Hasi embossed und bringe mir den wieder hier in die Karte an, so wie ich ihn vorher auch liegen hatte. So. Und dann nehme ich mir meine Folie zur Hand. Die auch noch mal eben einmal drüber, damit ich sie einigermaßen sauber habe. Die ziehen ja immer Fusseln an, diese Folien. Und lege ich mir das so ungefähr mittig drüber, ohne dass mein Haar sich hier unten verrutscht. Auch nicht kriegsentscheidend, weil es wird eh von innen nachher zusammengeklebt oder hinter das Fenster geklebt. Und dann mache ich mir meinen Hasi mal kurz schnell sauber, damit ich da jetzt keine falsche Stempelfarbe auf die Folie bringe und lege ich mir den, weil ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ob der wirklich am gleichen Fleck liegt, einfach noch mal passend hier drauf. Auch das ist nicht kriegsentscheidend, weil die Folie kann man ja nachher mal einen Millimeter verschieben. Wichtig ist jetzt, wenn man zum Beispiel zweimal stempelt, dass der Hase auch zweimal auf die Folie kommt und dabei nicht verrückt. Deswegen habe ich die Stempel innerhalb des Fensters positioniert. Für die Folie nehme ich das Tess On in Black. Da ist immer so ein dämlicher zweiter Deckel drin. Und fährt mir den Hasi richtig gut ein. Und dann stempel ich einmal ab auf die Folie. Ich glaube, das ist, kann man ruhig noch mal stempeln. Nehmen wir die Folie mal vorsichtig ab, denn das muss ja jetzt erst trocknen. Ja, aber den Abdruck finde ich echt ganz gut. Also die Folie gut zur Seite legen, die muss jetzt erst mal trocknen. Während das trocknet, widme ich mich dem Innenleben und koloriere das. Und dann sehen wir uns gleich wieder. und dann sehen wir uns gleich wieder. Musik 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 So, jetzt habe ich das Häschen koloriert, jetzt fehlt mir noch mein Spruch. Dafür nehme ich wieder die Stempelhilfe zur Hilfe und mache mir hier nochmal das Häschen in der Karte rein. Schau, dass ich das hier wieder so ausrichte, wie es nachher auch sitzt. So finde ich es ganz hübsch. Der Kleber tut sogar noch. Und dann kann ich eben wieder gucken, wo genau kann ich den Spruch hinstempeln, dass es eben auch im Fenster ist. Irgendwie gefallen mir die Bäckchen hier noch nicht so. Gehe ich einfach nochmal mit ein bisschen Wasser drüber und versuche mal so ein bisschen die Kanten wegzukriegen. Zum Spruch, da nehme ich glaube ich dieses Mal das Frohe Ostern von dem Efco Stempel-Set, was ich euch gerade auch schon gezeigt habe. Da habe ich hier die Tulpen mit gestempelt. Ja, das sind auch meine einzigen Ostersets, die ich so besitze. Ich hoffe, es werden noch welche folgen, aber irgendwie fehlen mir bei den Anbietern noch so die richtigen, die mir richtig, richtig gut gefallen. Kennt ihr das? Wenn ihr auf bestimmte Stempel wartet, für Ostern oder für Weihnachten, habe ich auch gedacht. Boah, die sind aber spät dieses Jahr mit Weihnachtsstempeln. Dann kann ich hier in der Stempelhilfe nochmal gut schauen, ist es denn wirklich gerade, weil es sich ja auch um zwei Stempel handelt. Ich glaube, ich gebe die beiden auf die Linie ein paar Millimeter höher, dann kann ich es besser sehen. Das ist bei diesem Stempel, weil er eben zweigeteilt ist, echt ein bisschen doof, wenn der nicht gerade wird. So, nochmal schauen. Ja, das passt. Und den stempel ich mir auch einmal in Versafine, in Schwarz, das gefällt mir, glaube ich, in dem Fall am besten. Wird das mit meinem Bäckchen bei dem Osterhasi nicht besser, ne? So. Da muss ich nochmal einmal gucken, was ich mache. Ich da nochmal einmal komplett drübergehe mit Farbe. Das ist immer so schade, wenn man sich so Mühe beim Kolorieren gegeben hat und dann sieht das nachher so verhunzt aus, ne? Und den Hintergrund habe ich ja auch schon fertig. Eigentlich wollte ich das hier jetzt nicht nochmal machen. Ich gehe nochmal nochmal überall drüber mit ein bisschen brauner Farbe und hoffe, es wird überall wieder feucht. Das ist immer doof, wenn man diese Ränder hat, die kriegt man so schlecht weg. Kennt ihr das auch? So. Jetzt ist aber gut. Ich glaube, sonst verschlimm, bessere ich das noch. So, trock. Weiter geht's mit dem nächsten Schritt. Jetzt setzen wir tatsächlich den Mechanismus zusammen. Dafür brauchen wir im ersten Schritt ein paar Streifen, ein paar Papierstreifen. Das ist aus dem gleichen Papier wie hier diese Grundkarte. Und zwar brauchen wir vier Streifen in, ob ich stehen, vier Streifen in 14,2 x 0,5 und zwei Streifen in 8,9 x 1 cm. Und da kleben wir jetzt im ersten Schritt erstmal zwei aufeinander jeweils. Je nachdem, wie groß eure Ausstanzung ist, könnt ihr die natürlich auch breiter machen. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken, wie es bei euch am besten passt. Aber ein Zentimeter war bei mir schon wieder für die Seiten ein bisschen zu breit. Da hätte man eben den Mechanismus nicht mehr so gut da reinbringen können. Der hätte dann hier an der Seite, hätte das bunte Bild vorgelupen. Das wollen wir ja nicht, ne? So. So, jetzt nehmen wir uns hier die Grundkarte und kleben als erstes unseren Hasi innen rein. Ja, ich habe es ein bisschen gerettet. Ich habe es schon mal schöner koloriert, aber naja. Ist ja jetzt hier auch nur zu Demonstrationszwecken. Ein bisschen gerettet habe ich es auf jeden Fall. Also die Karte kann so verschenkt werden. Ich glaube, da achtet nachher der Beschenkte nicht unbedingt drauf. Man sieht das selber immer so und denkt sich, oh Gott, oh Gott, aber der Beschenkte sieht es nachher nicht. So, jetzt halten wir uns das hier so rein, wie wir das gerne hätten. So. Und klappen dann quasi das zu, sodass es hinten dran klebt und drücken das fest. Wenn das jetzt ein bisschen schief ist oder so, ist das überhaupt nicht schlimm, weil wir kleben ja gleich die Streifen an der Seite drauf. Dann nehmen wir das Ganze und nehmen doppelseitiges Klebeband und dann nehme ich mein ganz dünnes in dem Fall, weil das einfach ausreicht. Ihr könnt auch ein dickeres nehmen und gehe mir hier um das Fenster drum herum, jeweils mit einer Band Klebeband. Einmal links und rechts und oben und unten. So. Da habe ich schon meine Folie. Da kann ich jetzt auch einmal drüber streichen, weil das Stayzone ist jetzt trocken. Wichtig ist das hier, dass einigermaßen zumindest sauber ist und nicht tausend Flusen da dran sind. Dann zuppel ich mir hier die Klebestreifen ab. Und lege mir die Folie. Na komm her. Dann lege ich mir die Folie hier so drauf, dass die exakt mit dem Hasi hier unten drunter übereinstimmt. Und dann klappe ich mir das einfach runter und drücke mir hier die Klebestreifen an der Seite fest und habe dann meine Folie befestigt. Jetzt bauen wir uns noch den endgültigen Mechanismus. Dafür bringen wir einmal hier die Streifen an. Einmal links und rechts die langen. Siehst du jetzt schon, das ist schon wieder zu filigran für meine Wurstfinger hier. Ein bisschen Kleber drauf und dann bündig an die Seiten kleben. Aufpassen, dass das nicht hier über die Falz geht. Ihr könnt besser, wenn es unten ein bisschen raus steht, ein Stückchen abschneiden, als dass es euch über die Falz geht, weil die Karte müssen wir gleich noch wieder zuklappen. So, einmal gucken. Ja, schließt perfekt. Dann machen wir das an der anderen Seite genauso. Einmal an die Falz und schön bündig abschließen. Ihr könnt das natürlich auch mit Foamtape machen, Abstandsklebeband. Ich fand das jetzt so vom Abschluss her schöner. Wenn mal einer von der Seite guckt, ist es in der gleichen Farbe. So. Und jetzt habe ich hier so ein mini, mini Stückchen überstehen. Und das schneide ich mir einfach mit der Schere ab. Das ist nicht so tragisch. Hauptsache, die Falz oben ist frei, damit man die Karte gut schließen kann. Dann nehme ich mir hier das Stück und gucke, ob das auch hier gut zwischenpasst. Das ist ein bisschen zu groß. Dann schneide ich mir einfach ein Stückchen ab. Das ist auch nicht weiter tragisch. So. Und klebe das noch unten rein. So. Und dann brauchen wir für die Magie ein Stück weißen Kartstock. Da habe ich jetzt ganz normalen weißen Kartstock genommen. Und der hat die Maße 13,2 x 8,9. Und der müsste hier direkt zwischenpassen. Ein Millimeter zu breit. Das schneide ich mir mal flott ab, dass der gut leiden kann. So. Einmal in den Papierschneider. Fertig. So. Und jetzt gucke ich, dass ich mir noch einen Stopp-Mechanismus baue. Dafür nehme ich mir mein Geodreieck zur Hand und einen Bleistift und zeichne mir unten einen 1 cm Strich an. Und an den Seiten jeweils 0,5 cm. Auch da könnt ihr eben gucken, wie viel Platz ihr da an den Seiten habt. Ich habe jetzt mit meiner Ausstanzung relativ wenig Platz sogar gelassen. Also die 1,5 cm sind wirklich absolutes Minimum. Damit man arbeiten kann und nicht in Teufels Küche kommt. Und man kann sich das auch immer ganz schön hier nochmal reinlegen. So. Und wenn man die seitlichen Streifen sieht, dann passt es nicht. Aber so passt es jetzt. Und ich schneide mir das jetzt so aus, dass ich hier diese seitlichen Rechtecke ausschneide und hier eben einen Stopper stehen lasse. Das heißt, ich schneide mir einmal hier ein und schneide mir dann runter. So, vielleicht nehme ich die Schere dafür richtig rum, dann geht das auch einfacher. So. Und schneide mir hier das einfach gerade ab. Und mache das auf der anderen Seite genauso. Und dann radiere ich mir die Streifen auch einmal eben weg, weil sonst könnte es sein, wenn man nicht hundertprozentig genau geschnitten hat, dass man die beim Rausziehen eben sieht, weil man nachher natürlich dieses ganze Teil hier rausziehen kann. dann mache ich mir dafür noch einen kleinen Zier fertig. Dafür nehme ich mir ein Reststück von dem Designpapier hier, von diesem gelben und stempel da das Osterei auch aus dem Gerda Steiner Set drauf. So. Und zwar mache ich das auch in Gelb. Und da fliegt mir hier das Master-Zie zu von den Distress Oxiden. So. Muss auch nicht hundertprozentig sein. Das schneiden wir nämlich jetzt einmal aus und dann bringen wir das eben oben an. So. Wie gesagt, die Eier schneide ich mal eben aus. Einfach mit einer kleinen Schere. Ich habe hier tatsächlich so eine Nagelschere. Wer eine gute kleine Schere für solche feinen Ausschneidearbeiten empfehlen kann, kann mir das ja mal unten in die Kommentare rein schreiben. Ich bin nämlich nur auf der Suche. Und ja, es gibt ja unendlich viele Scheren. Und von daher, wer da einen guten Tipp hat, ich bin da sehr dankbar für Tipps aller Art, weil ich halt immer mit dieser gebogenen Fingernagelschere schneide. Ich meine, mit der geht das sehr gut. Da habe ich mich auch mittlerweile dran gewöhnt. Aber... Ah ja. Und was ich auch noch suche, ist so eine normalgroße, also mittelgroße Teflon-beschichtete Schere. Also wenn da jemand noch einen Tipp hätte, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Da bin ich sehr dankbar für. So. Als Zieher könnt ihr alles nehmen, was so symmetrisch ist, weil wir das nachher so gegeneinander kleben. Also ein Kreis oder auch ein Viereck oder was weiß ich, das ist egal. Dann schneiden wir uns jetzt die Ziehkante raus, legen uns das hier unten passend rein und markieren uns hier die Seiten von dem Weißen. Seid ihr im Bilde? Ja, aber es blendet ganz schön. Also hier rechts und links habe ich jetzt markiert. Und dann schnappen wir uns ein Cuttermesser oder ein Bastelskalpell und schneiden uns hier die Falz raus. Und zwar von der einen Markierung. Oh, mein Cuttermesser spinnt, ich brauche mal ein neues. Das rutscht nämlich hier, stoppt nicht richtig. Das nervt ein bisschen. So, jetzt ziehe ich das einfach hier am Lineal entlang. Von der einen Markierung zur anderen. Und schneide mir das eben raus. Und dann habe ich hier ein Loch, wo ich eben dieses hier durchstecken kann. Und wir können schon mal testen. Ja, das sieht gut aus. Und oben stoppt es eben aufgrund der beiden Stopper, die wir mit eingearbeitet haben. Wenn wir es gleich festkleben, geht das auch hier nicht an die Seiten raus. Also, das ist jetzt Vorführeffekt. Wir kleben jetzt erstmal die Stopper an, würde ich sagen. Dafür gebe ich mir einfach ein bisschen Kleber auf die Rückseiten und klebe sie ungefähr mittig hier drauf. Das kann man sich natürlich auch anzeichnen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu weit hier rüber geht, damit die Karte auch noch in den normalen Umschlag passt. So, eine Seite und die andere. Einmal schön übereinander kleben. Das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch zusammenkleben. Dafür bringen wir uns ein doppelseitiges Klebeband hier auf die Streifen an. An den Seiten nehme ich wieder mein mega dünnes. Ich glaube, das sind jetzt drei Millimeter. Das ist für solche sehr filigranen Arbeiten echt passend und praktisch. Und für unten nehme ich mir ein etwas breiteres. Ich weiß gar nicht, wie breit das ist. Acht Millimeter oder so. Was ist das vom Action? So. Und dann gehe ich mich hier nochmal einmal rüber, damit meine Folie auch einigermaßen sauber ist. Weil da komme ich nachher nicht mehr dran zum Saubermachen. Und zuppel mir die Klebebänder ab. So, achte darauf, dass mein Schieber hier innen liegt, dass ich den nicht mit reinklebe. Und schließe die Karte. Und gucke, dass es bündig abschließt und drücke das fest. Und schon haben wir den Mechanismus fertig. So. Ja, sehr schön. Und ich finde, ich habe die Koloration ganz gut gerettet. So. Das Ganze kleben wir jetzt einfach nochmal, damit man auch was schreiben kann, auf eine normal große Grundkarte. Die habe ich mir jetzt aus gelbem Cardstock einfach zurecht geschnitten. Die hat die Größe 29,6 x 10,5 gefalzt bei 14,8. Ist so eine Hochklappkarte. Und da kleben wir jetzt einfach diese Karte mit drauf. So. Und dann sind wir fertig mit der Zauberkarte. Hier nochmal mein Musterstück. Man kann natürlich jetzt den Rahmen noch ein bisschen verschönern. Da werde ich wahrscheinlich noch irgendwie Ostereier draufkleben oder so, dass es nicht ganz so schwarz-weiß vorne ist. Und ja, ich schreibe euch wie gesagt alles, was ich verwendet habe und wieder finde auch unten in die Infobox. Und auch die Maße schreibe ich euch unten nochmal rein. Und ich würde mich natürlich über einen Kommentar oder auch über ein Däumchen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch keine Videos. Und ich würde sagen, ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend und sag tschüss bis zum nächsten Mal.